Das Gewicht von Tim Thomas beträgt 68,4 kg. Das Gewicht von Tim Thomas beträgt 71,9 kg. Marco Piquet wiegt 73,2 kg. Kim Robin wiegt 68,6 kg. Das Gewicht von Tim Thomas beträgt 67,2 kg. Martin Kelch wiegt 147,5 kg. Florian Zieber wiegt 100,4 kg. Tominas wiegt 64,8 kg. Michael Lieber wiegt 67,3 kg. Sascha Alexander wiegt 19,4 kg. Ali Schatz wiegt 78,1 kg. Und Ilja Mikniewicz aus Tschechien. Martina Gandival wiegt 73,2 kg. Er ist schön. Ilja Mikniewicz wiegt 71,85 kg. Und Dennis Toptag aus Haarburg. Fernando Sarabia wiegt 13,95 kg. Dennis Toptag wiegt 73,95 kg. Machen Sie die Kärten Ferienrußung dieser Schilder, dieser Schilder liegt 58,35 Kilogramm. Marschland-Argandival liegt 69,55 Kilogramm. Ladislav Fisufek wiegt 71,4 Kilogramm. Kevin Burmist hat 64,4 Kilogramm. Ober-Argandival liegt 63,6 Kilogramm. Machen Sie sich fertig mit Florian Krüger. Florian Krüger liegt 80,25 Kilogramm. Kim Jensen aus Dänemark liegt 78,6 Kilogramm. Der Schilder liegt 100,7 Kilogramm. Argandival liegt 37,7 Kilogramm. Ober-Argandival liegt 87,7 Kilogramm. Kilogramm, 65,7. Zimmerbiet 66,3, 66,3. Dankeschön. Dankeschön.